ARD Text im Auftrag von Funk Sammelt Paprikapilze Ok Na wir geben erstmal diese Quist hier ab Jetzt haben wir denn auch was schönes zu verkaufen Na unser Inventar ist noch nicht so voll, ok So, du Ja, hoher Besuch Lasset eure Feinde euch niemals nachschleichen Äh, ja, genau So, hier ist dann wieder eine Quest aufgetaucht In der Weltkern der Erde, was ist das denn hier? Benutzt, äh, ne, benutzt und verwandelt einen gefundenen Elementar in der Quecksilberakademie In ein, ne, in seine, äh, Ebenen an... Ah, irgendwas Ähm, das Wesen wird durch die Umwandlung vielleicht in Wut... Ja, das ist natürlich, äh, zu erwarten Hallo Hallo Du tolle Flamme Ich mache dich zum Transformer Oh Der Begleiter hat mich einfach im Höhen gekostet Sorry Musste ich machen, ist ne Quest Burn Katze Nehmen wir sie mal aus Oh, guck mal Alter Wir werden zum Tierquäler und können trotzdem aus der Katze Äh Ein Artefakt rauchen Das war ein geiles Artefakt Schön, schöner, schöner Text dazu Du Mörder Okay, ja, aber Zumindest haben wir das Artefakt So Was ist das? Teaturtränen Ihr seid so ein mächtiger Krieger, was? Ihr seid so ein mächtiger Krieger, was? Ihr seid so ein mächtiger Krieger, was? Ja, he, he, he Genau Fütter ich wie ein großer... Ja, das ist genau so He, he, he Das ist schön, dass so Tier, Tier... So kleine Tiere killen, die keine Erfahrung bringen He, he, he Schön Du Mörder Bin ich doch nicht, ich musste das doch machen Was kann ich denn dafür? Finde ich voll fies vom Spiel Gut gemacht, Lehrling Hier soll irgendwie was sein Und ich bin da Und hier ist nichts Was? Ihr habt hier noch einen tollen Elementarbegleiter, den ich erstmal wegnehmen darf So, da Hier, ich nehm ihn da immer weg Der Begleiter hat mehr Vermögen gekostet Ach nein Ist so leider Das ist das Schicksal Ähm Da kann ich leider Nichts gegen machen Ist ne Quest Ähm, jetzt bauen wir noch einen einzigen Elementar, äh Den haben wir doch schon, oder? Den Elementar hier, ja genau Auch strange, dass Feuer sich in Wasser verwandelt Ähm Ähm Äh Du bist vielleicht lustig? Du Glitcher Hier ist irgendwie nichts Kern des Lichts soll hier sein Irgendwie 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 ist hier das Geht da unten ist die andere Quest, aber Äh Okay Du bist das Kann man auf Anhieb gar nicht sehen Nein Nein, was machen wir hier? Ja, äh Müssen wir leider Sorry Was? Reinig? Achso, ne, das ist hier wieder Ich will jetzt immer gerne die Quest, äh In der Akademie, in der Quicksilver-Akademie fertig machen Ah, diese geile Graphik einfach hier Geile Graphik, einfach so ein paar Anschnitte Hier drin, so Glitches Aber sonst geht der Fraps nicht Ähm Bitteschön Oha Cha-ching Und Stufe 10 Achievement Und jetzt wird auch gleich wieder bei Twitter gepostet Und bei Trumbull gepostet Da ist der Twitter-Eintrag Und da wurde Trumbull-Aktualisierung gesendet, so Äh, verteidigt Ah ja, genau Das ist jetzt hier diese Quest, die sofort startet Macht euch bereit für das Ritual Was soll das jetzt hier? Sofort-Abenteuer Ah, ihr könnt nicht sofort abenteuer machen Und wir können auch PvP machen Okay, jetzt drin doch so'n Ding Sofort-Abenteuer Ah, ihr könnt sofort abenteuer machen Und wir können auch PvP machen Okay, jetzt drin doch so'n Ding Ich verstehe die Quests irgendwie nicht. Ich verstehe die Quests nicht. Hä? Äh. Na gut, ich hab's abgeschlossen, wie auch immer. Ähm. Ja, dieser Scotty übrigens, der wird uns noch öfters begegnen. Okay, wir müssen jetzt im Stinksumpf, aber bevor wir das machen, sind jetzt wieder die Quests, die uns nach draußen führen, machen wir hier nochmal die eine Quest fertig, nämlich diesen Feuerfürsten besiegen. So, hier müsste er sein. Ich untersuche mal kurz, das ist ein tolles Ding. Ähm. Jaa, weil du nicht üben kannst, die noch irgendwie kippen, die ... komisch ... ihr seid strange. Alter, achso, ich hab hier noch so'n Burn-Burn-Buff oder Burn-Debuff draufgehabt, deswegen bürne ich noch ein bisschen. Ah, gut, aufzusehen! Jaa, ich bin auch von alt! So, was haben wir denn hier? Wir haben, äh, einen Stab, das ist super, denn Stab ist für Mario immer gut und der macht sogar sehr viel Plus, ein Intelligenz Minus, also das ... Für dein Held, dann habt das Leben! Für euch keinen hast das Leben! So, nochmal an. Das Ausrüsten von Wohse, des Genies, des ... gelehrten Bindet, den Gegenstand dauert immer noch nicht. Das ist, äh, kennt man ja aus seinen Games und den Rollen-Spielen, wenn irgendwas an einen Charakter gebunden ist, kann man dieses Nicht mehr verkaufen! Also nicht mehr, äh, handeln. Verkaufen kann man es natürlich noch, das wäre ja blöd für Nicht. Ähm. So, jetzt haben wir hier, ähm ... Gucken wir mal kurz mal auf die M-Karte. Äh, nein, nicht aufs Handwerk. So, da oben, hier sieht man, dass es, äh ... Ja, da kommen wir auch später hin, denn ... Das Ding ist, ab, äh, Level 50 ... Ab Level 50 ist es so, dass wir, wenn wir Level 50 sind, können wir in dieses Gebiet von Stormlegion rein, weil es geht ja jetzt neuerdings bis Level 60 und für Level 5 ... Bis Level 50 ist ja, ähm, dieses Gebiet, dieses ganze Gebiet hier ... Ausgelegt, das heißt, wenn wir Level 50 sind, dann, äh ... Können wir in das Gebiet von Stormlegion ... Hier sind übrigens unsere ... Quiz ... Und, ähm, hier wird hier nichts mehr angezeigt, also wir können theoretisch, ähm, ja ... Ich denke mal, wir gehen diesen Weg hier nochmal zurück, dann können wir ja nochmal gucken, ob vielleicht auch irgendwelche Quests, die nicht angezeigt werden, da noch irgendwie sind ... Ähm ... Ja, dann würde ich sagen ... Äh, holen wir nochmal unser Mount raus ... Unser schönes Mount ... Das müssen wir natürlich auch ab ... Also benutzen, denn es hat viel Geld gekostet ... Ich kann sogar springen ... Und jetzt kann er über Wasser fliegen ... Und jetzt kann er springen ... Und jetzt kann er springen ... Und jetzt kann er springen ... Und macht aber ein cooles Geräusch ... Und dort kann er springen ... Und jetzt kann er ... Und schon dann ... Und, ab ... Alter! So. Äh... Ja doch, wir müssen raus, das ist... Goblin... Damit Paprikapilze, 0 von 5. Spinneneier, 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 Spinneneier... Hoppikapilze... Aaaaookay! Das ist eine Quest, die... Dieser Weg führt uns dann irgendwie so da lang, ja... Ähm... Ja doch, das ist ähm... Ja doch, doch, doch... Wobei der Weg auch, äh, Richtung Sanctum langsam so führt... Und, äh, ja, wie langsam so Richtung Sanctum getrieben werden hier in der Milch, das ist so sagen, die Hauptstadt von den Wächtern... Ähm... Ja, ich denke mal, wir machen hier nochmal kurz die Quest hier... Die uns hier ja gerade... Angezeigt wird... Da oben zum Beispiel... Ach, das ist sogar die Paprika-Quest... Machen wir hier doch auch mal gleich... Aber hier müssen irgendwo diese Paprika... ...Pilze sein... Ah, hier guck mal, das ist doch glaub ich eins, oder... Sammeln! Ein Paprikapilz... eins von fünf. Mhm, Paprika, ja, mhm, komisch, Paprika-Bild, naja, ich weiß ja nicht. Spinnen. Äh, ich, genau, ich hab die Idee, wir können doch, glaub ich, jetzt auf Kriegsfronten machen, genau, wir können doch, glaub ich, jetzt auf Kriegsfronten machen.